da das geht's weiter ja ich bin schon dran wie heißt das er ist abschneidiert alle rote schießt das scharlachrote kloster ja warte mal und jetzt gerade gar nicht also ich hätte gesagt kathedrale die scharlachrote kathedrale nein ich schätze nein das ist die kathedrale also man sagt das doch so kathedrale halt weil da am ende kommt man in die große kathedrale rein ja ob das wirklich so heißt also ich hätte doch schon genauer da hattest du hätte ich gerne ach so hättest du gerne ja schreibe ich nicht so einfach hab ich mir habe ich nicht geschrieben du bist nicht schon ja sie sind die mann nicht in der im fokus ich hab ein sehr drauf ja du kannst ja einfach mit autoschott durchballern ich weiß gar nicht was du hast oder hier wie heißen das mehrfach schuss du brauchst gar nicht immer hier ja der braucht aber auch für fuß ich muss gleich nehmen ich hab's unterdrückt siehst du man kann auch Sachen unterdrücken ja kann man auch das machen ärzte auch die reiben sich dann irgendwie mit dem tiger finger über die nase oder stecken finger rein nein beziehungsweise lassen sich dann von irgendjemand anderem wenn die nase reiben oder was ja wenn die operieren ja so sie können ja wenn die jetzt niesen in ihren mundschuss ist scheiße weil so so ist ein bisschen eklig denn ich stell mir grad vor den jungen die eier oder so ich schwörst du euch Jungs über die eier oder was ja hier sind wir wieder bei den super oberprofessionellen ähm leuten die D.O.W. Videos machen oh Gott ist schön wie du irgendwie versucht irgendwas zu rechtfertigen und vollkommen unnötig ist ja denn wer diesen Kanal guckt der erwartet ja eh jetzt nicht irgendwelche Professionalitäten sondern einfach nur klarer zur Unterhaltung ne ja genau so ist es warte mal warte 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 mal da ok weil ich muss erst mal halt klammern so du musst erst mal alles klar machen hier ja Geist der Erlösung oh ich kann mich dann doch auch immer in so einen Geist verwandeln glaube ich ne oder geht das nur wenn man irgendwas bestimmtes gespielt oh level up ok warte 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 ja ich war erst auf einer Seite mein Gohaut ja ich hab nur ausgeatmet tut mir leid ja aber schon die Art und Weise wie du wieder geatmet hast nein oh man das war schon wieder so richtig Hass erfüllt ha 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 nur dann kann man sich in so einen, verwandelt man sich in so einen Engel, wenn man tot ist. Ich glaube ja, ich glaube... Dann schießt er nicht. Der heilt er dann irgendwie noch weiter. Boah, ist das nervig, wenn man einen Zero-Fokus hat, hier echt. Und das heißt, die Autoshot, das dauert ja auch irgendwie drei Sekunden, bis er mal schießt. Ja, aber das ist ja... Komm rein, kannst du rein, komm mal in den Anspruch. Wat, äh, ich hab doch dieses Questings, wo sie das sehen. Soll ich mal mit deinem Quest sein. Ja, und? Dann meinst du, ich lass dir... Du, du hast doch selber die Quest gemacht. Ja, weil die mir EP bringen. Er glaubt man nicht, dass ich noch weiß, wo das Ding ist. Hast du dieses Schwert aufgenommen? Oh man, natürlich nicht, weil ich die Quest noch nicht annehmen kann, weil ich noch zu jung bin. Kack, warte, ich muss das jetzt finden. Macht mich das irre. Das, das, das hast du doch aufgehoben, das Schwert. Ich sehe das hier in diesem Verkacken, hier ist alles Kreuz und... Ach, leck mich doch im Arsch. Hä? In deinem... Hä? Nee, das... Hä? Was? Warte mal, du hast gerade einen Quest abgegeben, ne? Ach so, ja, ist okay, alles gut. So, Quest abgeben. 35 Gold erhalten und weiter geht's. 35 Gold, das glaubt ihr. Silber, Silber. Man, ich weiß, was ist los mit dir? Wir haben es gerade mal H2 hier und... Ja, gerade mal H2, also... Ich bin in absoluter... in absolut meiner absoluten... Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin auch schon seit 35 Uhr wach, aber... Ich kann auch keine Sätze mehr pinnen. Nee, das ist nicht gut mit Deutschsprachung. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Das klingt schon ein bisschen kaputt, dein Deutsch. Ja, aber Hauptsache, du klingst fit. Das ist das Wichtigste. Snowpack. Wer soll sich so eine Scheiße hier angucken, nicht? Ja. Ja, ja. Weil es kann auch sein, dass sich jemand, das beim Essen anguckt, das irgendwie witzig findet, dann verstuckt er sich an einer Pizza oder so. Ja, oder denkt sich mal gar nicht, was hat der sich denn da für eine Dumpfbacke mit ins Video genommen? Naja, gut, unkommentiert, weiter geht's. So, Skill, Skill, Skill. Oh, hier ist schon wieder... Mann, ey. Hör doch mal auf zu gännen, ey, du könntest dich mal zusammenreißen, echt. Ja, ich versuch's wirklich, ich geb mir echt Mühe. Auch wenn man so wahnsinnig müde sich. Das machst du noch mit dem Mühe geben, oder war das jetzt schon? Halt die Fresse, sagst du, kleine Bitchin. Oh, hallo, hier, keine Beleidigung. Du hast halt die Fresse zu mir gesagt. Das ist keine Beleidigung, aber das ist dann Lob, oder wie? Ja. Also, deiner Welt möchte ich ja nicht leben. Wieso? Das war eigentlich ganz okay. Also, man kennt mich hier auf jeden Fall. Man kennt dich da in der Umgebung, ja. Du bist ja Gangster, ne? Ja, also du, wenn du hier schon alles kennst, ne? Du hast mich ja vorhin schon so leicht angemault, ne? Weißt du auch, wie man diese Quest macht, ne? Was? Die mit dem Schwert. Habe ich doch schon abgeschlossen. Ja, aber du hast eine neue gekriegt. Ja, die habe ich auch angenommen. Ja, genau. Du weißt, wie man die macht, ne? Ey, was laberst du jetzt von dem Mühe? Ja gut, ich sag ja gar nichts. Du bist ja irgendwie wieder aggressiv hier. Ja, weil ich kann mich noch daran erinnern, früher, ich habe das mal eine Zeit lang irgendwie dann nicht gecheckt und dann habe ich die irgendwie immer nicht abgegeben, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll. Ja, man wartet hier und dann geht's ab. Und dann steckt man das Schwert da rein, in die Holz. Ja, muss man. Ja, ich stecke ja auch gleich was in die rein, in sie. Oh, Katze, bitte. Das war jetzt echt super geschmacklos. Das Schwert. Ich stecke gleich mein Schwert in sie rein. So, ist das besser jetzt? Nein, eigentlich nicht. Äh, sag mal, gibt's ja eigentlich immer noch diese geheime Kammer? Reichweite? Oder war das... Gibt's das eigentlich noch? Es gab doch hier nochmal so einen extra Boss. Ey, sag mal, ist die echt nach vorne jetzt wieder zurück? Was war denn der Scheiß? Hallo? Was ist denn? Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die haben sie entfernt. Ja, ich weiß, da gab's so einen kleinen Hubsboss da. Das war rechts. Ärgerlich ist das denn bitte? Ich komme mir schon total alt vor. Tja, bis der Nächste, bis der Nächste. Bist du ja auch schon 35? Was machst du da eigentlich noch die ganze Zeit? Ich hab die Quest abgegeben, die du nicht sehen konntest hier. Du stehst ja noch hier rum und machst Sachen. So. Äh, das war hier das Schalterhof der Dingenskirchens. Ja, das... Die Kapelle. Kapelle. Nicht, äh... Was meinte ich vorhin? Äh, Kathedrale. Kathedrale. Es ist nicht die Kathedrale, es ist eine Kapelle. Aber es sieht eigentlich eher aus. Warte mal. Es ist nicht eine Kathedrale, es ist auch eine... Scheißegal. Alles klar, gut. Hey, tschüss. Das müssen wir Feierabend machen hier, ne? Also, ciao, ciao.